Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Consulting-Karriere und des IT-Consultings. Heute besprechen wir ein neues Thema und zwar unterhalten wir uns heute über Job Ladders, also quasi wie Karrierepfade innerhalb von Beratungsunternehmen definiert sind und über die damit einhergehenden Performance-Systeme, also wie quasi eure Arbeit als Consultant von euren Vorgesetzten eingeschätzt und bewertet werden. Das heißt, dieses Video dreht sich ein bisschen darum, wie ihr langfristig eure Karriere intern im Beratungsunternehmen selber aufbauen könnt. Dazu muss man sagen, wir haben ja in der Vergangenheit Videos gemacht, beispielsweise wie man sich beim Vorstellungsgespräch im SAP Consulting verhält. Da geht es ja eher darum, quasi einen Job zu ergattern, sage ich jetzt mal, sowohl intern als auch im Beratungshaus dann, sprich extern. Dann hatten wir ein Video, wo wir über das Aufbau eines Profils und eines Lebenslaufs durch intelligente Auswahl von Projekten und den Aufbau von Referenzen gesprochen haben und entsprechend Weiterbildungen. Das heißt, das war dann eher das Verkaufen von euch an den Kunden. Das heißt, wenn ihr im Beratungshaus arbeitet, sieht ja der Kunde dann euer Profil, beziehungsweise wenn ihr euch bei einem neuen Beratungshaus bewerbt, dann gebt ihr irgendwann auch einen Lebenslauf ab, wo eben auch eine Projektliste enthalten sein könnte. Sprich, was habt ihr in der Vergangenheit so gemacht? Das heißt, das ist dann eher so, wie verkaufe ich mich an ein neues Unternehmen, wenn ich wechseln will oder mich bewerbe, beziehungsweise wie verkaufe ich mich an einen Kunden. Jetzt reden wir über einen anderen Vektor in dieser Diskussion und zwar, wie verkauft ihr euch intern quasi so, dass ihr befördert werdet, um es einfach zu sagen. Und ja, ich weiß, der Begriff Verkaufen ist immer so negativ belegt, so nach dem Motto, das hat dann was mit, ja, beim Kunden beziehungsweise beim Vorgesetzten einschleimen zu tun und, ja, sich quasi besser darstellen, als man wirklich ist und so. Von dieser Vorstellung müsst ihr aber wegkommen, weil als Consultant ist einer eurer Haupttätigkeiten das Verkaufen und wenn man da mit einem ehrlichen Mindset rangeht und dann nicht so diese typischen Verkäufermaschen anwendet, dann ist daran grundsätzlich auch nichts verwerflich. Denn im Endeffekt ist alles, was ihr tut, irgendwo im Leben ein Verkaufen. Beim Bewerbungsgespräch verkauft ihr eure Arbeitskraft. Beim Dating verkauft ihr im Endeffekt einen Lebensentwurf mit euch als Partner. Beim, ja, wenn ihr euer altes Auto verkauft, verkauft ihr eben euer Auto. Das ganze Leben ist irgendwie Verkaufen. So und jetzt steigen wir quasi auf Jawbladders ein. Also Jawbladders, das sind ja Leitern, die man erklimmen kann, die man aufsteigen kann quasi. Ja, große Unternehmen haben vordefinierte Karrierepfade. Beispielsweise im Consulting, je nachdem, welche Struktur euer Beratungshaus verfolgt. Es gibt die typische Equity Partner Ladder. Das heißt, es gibt, ja, ganz normal den Trainee, den Consultant, den Senior Consultant und dann gibt es den Manager, der eben, ja, einen bestimmten Kompetenzbereich oder ein Team managt, verwaltet. Dann gibt es den Director, der quasi, ja, sage ich jetzt mal, einen, ja, Gesamtbereich leitet. Und da eben, ne, deswegen auch das Wort Director, der die strategische Richtung für diesen Bereich vorgibt. Und dann gibt es Equity Partner und da gibt es wieder unterschiedliche Stufen, wie beispielsweise den Junior Partner oder den Senior Partner. Das ist die Equity Struktur. Es gibt aber auch die klassische Corporate Struktur, ja, wo wir quasi keine Equity Partner haben, die Eigenkapital ins Unternehmen einbringen, sondern wo quasi alles angestellt ist. Teilweise ist sogar der Geschäftsführer angestellt. Das ist aber vollkommen egal. Die Kernbotschaft ist, die meisten Unternehmen haben solche vordefinierte Karrierepfade. Jetzt ist es halt so, in der Regel müsst ihr halt, um befördert zu werden, eben bei euren Vorgesetzten glänzen. Und eure Vorgesetzten wiederum, wenn eure Vorgesetzten euch für eine Beförderung vorschlagen möchten, ja, weil ihr gut gearbeitet habt und so weiter. Und weil das vielleicht auch Teil deren Ziele ist, ja. Zum Beispiel, wenn ein Manager zum Director aufsteigen möchte, dann ist vielleicht in seiner Zielvereinbarung mit drin, dass er erstmal einen passenden Ersatz für seine derzeitige Manager-Position finden und anlernen muss. Das heißt, euer derzeitiger Manager hat ein Interesse daran, dass ihr irgendwann zum Manager werdet, damit er zum Director werden kann. Ganz klar, ne? So, und damit eben, ja, euer derzeitiger Manager verargumentieren kann beim, was weiß ich, beim Vorstand, bei den Partnern, ja, bei seinen Vorgesetzten im Endeffekt, dass ihr befördert werden solltet, muss er das argumentieren. Er muss euch im Endeffekt verteidigen. Was ihr im Endeffekt tun müsst, ist, ihr müsst es eurem Vorgesetzten möglichst einfach machen, eure Beförderung zu verargumentieren bzw. zu verteidigen. Das heißt, ihr müsst im Endeffekt Beweise bzw. Artefakte liefern, die nachweisen, was ihr geleistet und was ihr erreicht habt und was euer Potenzial für die Zukunft ist. Das sind die drei wesentlichen Dinge. Jetzt geht das in der Regel los, so große Unternehmen, wenn die ein gutes, ausgeklügeltes Personalsystem haben, die entwickeln mit euch zusammen erstmal eine Vision. Ihr merkt, bei mir gibt es so ein Muster. Ich starte immer gerne erstmal mit einer Strategie bzw. mit einer Vision. Das heißt, ich gehe gerne diese strukturierte Hierarchie nach unten, ja, wir kommen, wir entwickeln erst eine Strategie, dann entwickeln wir eine Taktik und dann entwickeln wir eben, ja, dann kommen wir ins Tun, dann kommen wir ins operative Doing im Endeffekt. Das heißt, in der Regel habt ihr ein Gespräch mit eurem Vorgesetzten und da wird erstmal abgesteckt, was, lieber Mitarbeiter, was willst du eigentlich? Und das ist schon mal die erste Hürde, die ihr nehmen müsst. Ihr müsst bei eurem Vorgesetzten ganz klar verargumentieren, was ihr wollt. Wenn ihr Partner werden wollt, dann müsst ihr das gegenüber eurem Vorgesetzten auch sagen. Ihr müsst sagen, Chef, ich will, ich sehe mich in fünf bis zehn Jahren als Partner in diesem Unternehmen. Wenn ihr das nicht gleich klar kommuniziert, dann geht vielleicht euer Chef davon aus, dass ihr euer Leben lang Senior Consultant bleiben wollt und damit relativ zufrieden seid. Das heißt, es muss ganz klar von euch kommen, was eure Ziele für die Zukunft sind und was da auch immer mit reinschwebt und da kommen wir jetzt zur nächsten Stufe. Ihr habt nun klar formuliert, was ihr wollt. Jetzt wird quasi definiert, wie kommen wir da hin. Man sagt so im neudeutschen Buzzword-Slang, man entwickelt eine Roadmap. Man entwickelt ein ADAC-Straßenatlas, wo man sagt, hier startest du und da willst du hin. Wie kommst du da hin? Also wo musst du zum Tanken fahren? Wo fahren wir mal raus zum Pipi machen und so? Und das entwickelt man jetzt und da sagt man halt, okay, du musst halt beweisen, dass du verschiedene Dinge leisten kannst. Zum einen solltest du beweisen können, dass du andere Leute dazu befähigen kannst, Dinge zu tun. Das heißt, was in der Regel Sinn macht in so einer Roadmap ist beispielsweise, ja, interne Weiterbildungen geben, andere anleiten und befähigen, neue Dinge zu tun oder Arbeiten zu übernehmen, dein Wissen zu skalieren. Das heißt, anstatt, dass jetzt dauernd der Hans-Peter immer wieder die Projekte macht über ein bestimmtes Thema, lernt der Hans-Peter stattdessen zehn Kollegen an und diese zehn Kollegen sind dann dazu in der Lage, dieses Thema zu behandeln. Und der Hans-Peter wird auf einmal frei für neue Themen. Das heißt, du skalierst dein Know-how raus. Und das ist eine Sache. Die zweite Sache ist häufig und das ist vor allem, wenn man Ambitionen in Richtung Partner hat und so weiter sehr wichtig, ist, dass man auch verkaufen können muss. Denn am Ende des Tages existieren diese Unternehmen ja im Endeffekt, um zu wirtschaften. Das heißt, es wird in der Regel auch gefordert, dass du an Sales-Tätigkeiten teilnimmst, Beziehungen zu Kunden aufbaust und Beziehungen zu Kunden auch aufrecht erhältst und dass du Projekte und Ausschreibungen gewinnst. Das heißt, das macht in der Regel auch Sinn, zum Beispiel solche Sachen zu definieren wie, du wirst der zentrale Ansprechpartner für mindestens einen Kunden. Oder ein anderes Ziel könnte sein, du gewinnst eine große Ausschreibung mit einem bestimmten Volumen. Also du partizipierst da an dieser Ausschreibung und die hat ein positives Outcome und so und so könnte man das dann definieren. Was jedoch auch alternativ in diese Kehr beschlagen könnte, ist, dass ihr neue Markträume erschließt. Also ein Marktraum ist ja ein bestimmter Markt, begrenzt auf einen bestimmten Raum, beispielsweise auf eine bestimmte geografische Location, also beispielsweise ein Land oder beispielsweise die Dachregion. Und da könnt ihr beispielsweise glänzen, indem ihr, sagen wir zum Beispiel mal, neue Standorte aufbaut oder indem ihr beispielsweise ein komplett neues Thema für das Beratungshaus erschließt. Hat euer Unternehmen bisher noch nie im Bereich Big Data irgendwas im Angebot gehabt, dann könnt ihr euch da vielleicht etablieren. Ja, sagen wir mal, du kennst dich mit dem Aufbau und der Konzeption von Data Lakes aus, hast vielleicht mal ein bisschen mit MapReduce was gemacht, hast vielleicht schon ein Referenzprojekt aus früheren Tagen in dem Bereich. Dann kannst du jetzt sagen, Mensch, ich baue jetzt hier bei uns im Beratungshaus den Kompetenzbereich Big Data auf. Ja, dann erschließt du quasi einen neuen Marktraum für dein Unternehmen und das ist dann entsprechend auch gewissermaßen eine Sales-Tätigkeit, weil du ja neues Potenzial für Umsätze schaffst im Endeffekt. Und jetzt merkt ihr, das alles sind irgendwelche Ziele bzw. Resultate. Häufig haben solche Unternehmen dann auch so ein System, wo euch solche Ziele eben vorgegeben werden. Das heißt, es wird erstmal eine Roadmap, eine realistische Roadmap entwickelt. Das heißt, es wird jetzt nicht von euch erwartet, dass ihr all diese Dinge innerhalb von einem Jahr macht. Sondern man sagt, okay, wir fokussieren uns in Jahr 1 auf dieses Gebiet, beispielsweise das Anlernen von neuen Kollegen. Im zweiten Jahr bringen wir dann die Sales-Tätigkeiten mit rein. Das heißt, du machst weiterhin Weiterbildungen und so, weil da hast du dich ja jetzt etabliert. Das ist für dich jetzt quasi Business as usual geworden. Und jetzt können wir im zweiten Jahr da aufbauen und können zusätzlich die Sales-Tätigkeiten mit reinnehmen. Im dritten Jahr wollen wir dann zum Beispiel, dass du beispielsweise zentraler Ansprechpartner für irgendeinen Kunden wirst und so weiter und so fort. Das heißt, das ist die Roadmap. Und jetzt wird für die einzelnen Jahre werden die Ziele vorgegeben. Das heißt, viele Unternehmen haben da das OKR-System, also Objectives and Key Results. Das heißt, für die einzelnen Zeiträume, beispielsweise für irgendein Quartal, wird gesagt, okay, für dieses Quartal sagen wir, das ist dein Key Result. Also ein Objective, beispielsweise zentraler Ansprechpartner für einen Kunden werden, besteht aus mehreren Key Results, die zur Erreichung dieses Zieles hinführen. Beispielsweise Key Result Nummer 1 könnte sein, du wirst bei einem Kunden für ein bestimmtes Thema vorstellig. Das heißt, der Kunde kennt dich schon mal. Schritt Nummer 2, du baust Vertrauen zum Kunden auf. Beispielsweise du leitest verschiedene Workshops bei diesem Kunden. Schritt Nummer 3, also Result Nummer 3, du etablierst dich als der zentrale Ansprechpartner bei diesem Kunden. Und mit dem Erreichen von Key Result Nummer 3 ist auch das Gesamt Objective, nämlich du bist der zentrale Ansprechpartner erreicht. Also so wird das quasi aufgebaut. So, das heißt, du hast jetzt deine Roadmap, wie du zu deinem gewünschten Endstadium, also Partner werden beispielsweise, hinkommst. Und du hast deine Zielvereinbarungen. Und da werden dann auch eben Metriken definiert, also wie wird die Zielerreichung gemessen oder die Erreichung der Key Results. Und jetzt liegt es an dir, eben für dich kontinuierlich zu bestimmen, wie du jetzt deinem Chef die Argumentation, ich habe diese Ziele erreicht, leichter machst. Eine Kernbotschaft in dem Bereich ist, du musst Artefakte erzeugen und sammeln. Das heißt, du solltest eben jeden Tag, wenn du irgendwie arbeitest, solltest du irgendwie schauen, welche Artefakte habe ich erzeugt, die ich vorzeigen kann, die meinen Fortschritt in einem bestimmten Bereich nachweisen. Beispielsweise, sagen wir mal, du arbeitest jetzt aktuell daran, andere Mitarbeiter anzulernen und zu befähigen. Dann, ja, hast du heute vielleicht an einer Präsentation oder an einem Whitepaper gearbeitet oder hast vielleicht ein Videotutorial erstellt. Ja, dann ist dieses Video oder dieses Whitepaper oder die Präsentation für diesen Kurs ein Artefakt. Dieses Artefakt kannst du sammeln und du sammelst kontinuierlich Artefakte. Wenn du beispielsweise Softwareentwickler bist, also Berater im Bereich der Softwareentwicklung, dann sind deine CLs, also deine Changelists, deine Commits auf die Codebase von euch, sind auch Artefakte. Ja, und dann jedes Mal, wenn du ein Commit machst auf die Codebase, sammelst du deine CLs und am Ende des Quartals kannst du sagen, hier, das ist die Liste meiner CLs. Ihr seht, wenn man alle CLs zusammennimmt, habe ich, was weiß ich, 10.000 Zeilen Code contributed in die Codebase. Das ist meine Arbeit für dieses Quartal. Jedes Mal, wenn du einen Kurs hältst, gibt es vielleicht ein Recording von dem Meeting, ja, dann sagst du hier, das sind die Aufnahmen von den Kursen, die ich gegeben habe, dieses Quartal. Das ist meine Arbeit, ja. So, das sind die Artefakte für, was hast du getan? Das nächste ist, Artefakte, also mit, was habe ich getan? Das reicht ja noch nicht, sondern das nächste ist, was habe ich erreicht? Also, was war das Ergebnis davon? Das ist die nächste Argumentationslinie, die du spannen musst. Wie argumentierst du, was habe ich im Endeffekt erreicht? Ja, was war im Endeffekt der Impact von deiner Arbeit? Beispiel, ja, sagen wir mal, du hast in einem Projekt gearbeitet, hast da Artefakte gesammelt, was du da für den Kunden im Projekt gemacht hast. Und der Kunde hat dazu, das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen, du kannst irgendwie Metriken zusammentragen, der Kunde hat dir vielleicht bestätigt, ja, mit Einführung dieser Lösung haben wir, was weiß ich, 150.000 Euro im Jahr an Aufwand gespart für, was weiß ich, den Jahresabschluss. Dann sagst du, das war der Impact beim Kunden und dann kannst du sagen, hier, das war der Impact für uns als Beratungsunternehmen. Der Kunde hat sich bei uns förmlich nochmal in einer E-Mail bedankt dafür, dass wir so gute Arbeit abgeliefert haben und wir haben einen Folgeauftrag bekommen. Das heißt, der Kunde war nach dem Projekt so überzeugt von uns, dass er uns gleich einen neuen Auftrag gegeben hat. Dann kannst du das auch als Impact von deiner Arbeit mitzählen, weil deine Arbeit hat ja dazu auch beigetragen, dieses Vertrauen zu schaffen. Das heißt, das war der Impact, ganz klar. Und das ist jetzt nicht überverkaufen, also so nach dem Motto, ja, aber das war ja nicht nur ich, ja, der da dieses Vertrauen geschafft hat. Da waren ja noch 50 andere Kollegen auf dem Projekt. Klar, natürlich, aber du warst ein essentieller Teil davon und dass du ein essentieller Teil davon warst, das kannst du durch die entsprechenden Artefakte eben nachweisen. Das heißt, bring das ruhig ein. Hier, ich habe in dem Projekt gearbeitet, der Kunde war zufrieden und daraufhin kam ein neues Projekt rein mit Projektvolumen 5 Millionen Euro. Dann waren da vielleicht 55 Leute auf dem Projekt gestafft, aber wenn man die 5 Millionen Euro durch die 55 Leute teilt, dann hast du da schon einen ordentlichen Anteil dabei geleistet. Und dasselbe kannst du auch für andere Dinge machen, wie beispielsweise Ausschreibungen. Hier, ich habe bei der Ausschreibung, habe ich ein Dokument erstellt, dann habe ich hier Marketingunterlagen erstellt, dann habe ich hier 5 Slides zur Angebotspräsentation beigetragen und das Projekt haben wir gewonnen. Projektvolumen 18 Millionen Euro, ich war dabei. So kann man das so ein bisschen aufziehen. Was man auch nicht unterschätzen darf bei der ganzen Sache ist, dass du durchaus auch Dinge anbringen kannst, die eben, sage ich jetzt mal, für die soziale Kultur in deinem Unternehmen beigetragen haben. Was weiß ich, du leitest jeden Tag irgendeine Laufgruppe, wo du mit anderen Kollegen zum Laufen gehst oder ihr habt einen Buchclub im Unternehmen, ich picke mir jetzt hier irgendwelche Beispiele raus. Und du sagst, ja, das habe ich so nebenbei gemacht, einige würden sowas vielleicht gar nicht erwähnen. Aber, was das zeigt ist, du glaubst an das Unternehmen, weil sonst würdest du dich nicht im Unternehmen engagieren. Du hast ein Interesse an deinen Kollegen, arbeitest gerne mit denen zusammen. Das ist eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Du netzwerkst dadurch auch. Also, netzwerken ist auch eine Tätigkeit, die du nachweisen kannst. Vor allem, wenn aus diesen Netzwerkeffekten irgendwann Potenziale für Zusammenarbeiten entstehen. Sagen wir mal, euer Beratungshaus ist multinational und du stellst fest, hey, nicht nur wir machen dieses Thema in Deutschland, sondern wir haben auch Niederlassungen in Schweiz und Österreich und was weiß ich, wo auch diese Themen behandelt werden. Lass uns mal so einen kleinen Gipfel machen, wo wir, wo sich die Competence Leads aus den verschiedenen Nationen treffen und da mal brainstormen, wie man das Angebotsportfolio ergänzen kann. Also, können vielleicht die Leute aus Österreich oder Polen mit den Deutschen und Schweizern zusammenarbeiten. Zum Beispiel, kann man gemeinsam ein Angebotspaket schüren. Kann man das vielleicht sogar als Vorteil aufführen, dass wir multinational fähig sind, dieses Thema zu bedienen. Lieber Kunde, du bist ein großer Konzern, du hast Standorte in verschiedenen Nationen. Wir haben genau für dieses Thema mehrere Teams, die genau dieses Thema betreuen. Das heißt, wir können ein Team zu einer Niederlassung bei dir in Polen schicken, ein Team zu deiner Niederlassung in Österreich, eins in Deutschland. Und wenn du sowas initiiert hast, also quasi, ja, da angefangen hast, mit deinen Kollegen drüber zu quatschen und eben ihr Protokolle habt, was ihr besprochen habt und da dann auch Ergebnisse rauskommen. Also, was weiß ich, ihr erstellt ein Konzept für ein Servicepaket und dieses Paket ist klar definiert in einem Dokument und es werden Marketingunterlagen dafür unterstellt. Was weiß ich, irgendwelche Broschüren, irgendwelche Artikel in Fachzeitschriften und so weiter. Ja, dann habt ihr da so ein Bündel an Dokumenten, ein Pamphlet und das könnt ihr jetzt vorweisen. Das könnt ihr zeigen und das ist ein Nachweis und dieser Netzwerkeffekt, das ist genau die Qualität von Organisationstalent, die von Manager aufwärts eben erwartet wird. Und wenn du sowas schon zeigen kannst in deinen Artefakten, dann ist das eben ein Nachweis dafür, der es deinem Vorgesetzten sehr einfach macht zu argumentieren, dass du noch viel Potenzial nach oben hast. Was auch nicht unterschätzt werden darf, sind Anstrengungen, neue Talente zu gewinnen, vor allem im Consulting. Ich weiß nicht, ob ihr es aktuell mitbekommen habt, aber der Arbeitnehmermarkt im Consulting ist aktuell sehr arbeitnehmerfreundlich. Das bedeutet, die Unternehmen bemühen sich aktuell, um Talente fürs Consulting zu gewinnen, weil der Markt im Endeffekt knapp ist. Es gibt aktuell, also das ist meine subjektive Einschätzung des Marktes, es gibt nicht genügend Talente für die bestehende Nachfrage. Es gibt mehr Beratungshäuser, die fähige Berater suchen, als es solche auf dem Markt gibt. Und das bedeutet, man spricht auch hier vom War for Talents, also vom Krieg um die Talente. Und wenn ihr jetzt für euer Unternehmen Anstrengungen unternehmt, um neue Talente zu gewinnen, ist das ein sehr wichtiger Wertebeitrag für dieses Beratungsunternehmen. Das heißt, beispielsweise vielleicht seid ihr mal auf verschiedenen Uni-Studenten-Aktivitäten, Meetings und so weiter gewesen. Beispielsweise vielleicht gibt es auf der Universität ein ERP for Students Programm, wo die Studenten sich in das SAP-System, in die SAP-Ökonomie quasi einarbeiten können. Und ihr wart da dabei als Vertreter für euer Beratungshaus und habt den Studenten da so ein bisschen SAP näher gebracht. Und so nebenbei so augenzwinkernd, hier wir sind ein Beratungshaus und wir stellen gerade ein. Solche Tätigkeiten habt ihr vielleicht gemacht. Vielleicht wart ihr auf Messen, wo ihr neue Talente gewonnen habt. Vielleicht habt ihr aber auch, ja, Konzepte erstellt. Also vielleicht habt ihr Profile erstellt, wie beispielsweise, okay, wir suchen neue Consultants in diesem Bereich. Das sind die Anforderungen, die wir an die Bewerber haben. Diese Weiterbildungen oder Fähigkeiten müssen sie haben. Das Profil suchen wir ungefähr. Das ist auch ein Beitrag, weil dadurch macht ihr es eurem Personaler einfacher, die richtigen Talente zu gewinnen. Ihr solltet nicht erwarten, dass euer Personaler immer weiß, was jetzt von einem Bewerber für einen bestimmten Bereich erwartet wird. Sondern das muss eben vom Fachbereich kommen. Und wenn ihr jetzt da Arbeit reingesteckt habt und habt gesagt, hier, liebe Human Resources Abteilung, wir suchen neue Bewerber. Das müssen die können. Und so könnt ihr das checken im Vorab, ob die das drauf haben. Ja, wenn ihr solche Kataloge entwickelt habt für die Personalgewinnung, dann ist das auch ein wichtiger Beitrag. Was auch ein wichtiger Beitrag ist, ist, wenn ihr Personalinterviews geführt habt. Das heißt, wenn ihr aktive Anstrengungen unternommen habt, um neue Talente einzustellen oder zu bewerten, ob ein Bewerber geeignet ist oder nicht, dann ist das ein wertvoller Wertebeitrag für das Unternehmen. Das heißt, auch das sind Aktivitäten. Das solltet ihr in euren, ja, am Ende des Quartals legst du deinem Chef hier so ein Pamphlet vor. Chef, das habe ich gemacht. Das habe ich erreicht. Und da kannst du das mit reinbringen. Ja, genauso ist es, wenn du irgendwie, ja, neue Themen erkundest oder quasi Anregungen in deinem Unternehmen, ja, einbringst. Beispielsweise sagen wir mal, du hast dich, bleiben wir mal beim Beispiel Big Data, du hast dich damit auseinandergesetzt, warst auf Fachbessen, hast dir Vorträge angehört und hast halt gemerkt, Mensch, da sind wir noch ein bisschen hinten dran. Da sind wir nicht am aktuellen Fühler der Zeit. Das Thema geht aktuell los und wir haben da irgendwie noch gar nichts im Angebot oder haben das irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm. Wenn du dann mal, sagen wir mal, du fängst erst mal im kleinen Kreis an, du redest erst mal mit deinem Chef darüber, mit der ist vielleicht Manager oder so. Und dann sagt er, eigentlich interessant, lass uns da mal mit dem Director drüber reden. Dann redet ihr mit dem Director drüber, der sagt, okay, das muss ins nächste Leadership Meeting bei uns. Ja, und dann ist da wieder so ein Leadership Meeting. Da sind die Partner drin und die Director und vielleicht ein paar Manager. Und dann meldet sich euer Director und sagt hier, wir wären jetzt eigentlich fertig mit unseren Punkten, haben wir noch eine halbe Stunde, weil der Kollege so und so aus dem Bereich, der arbeitet unter Manager Hinz und Kunz, der hätte da kurz einen Vorschlag in Bezug auf Big Data. Also der hat da so ein Slide-Deck mitgebracht, eine halbe Stunde, würde der jetzt mal kurz drüber reden. Und dann seid ihr auf einmal im Rampenlicht und habt wieder eure Visibility erhöht. Auf einmal kennen euch viele Partner im Unternehmen, die wissen, ah, okay, der, der hat letztes Mal eine halbe Stunde über Big Data geredet und so. Und dadurch habt ihr dann auch wieder genetzwerkt, das heißt, dann kommen auf einmal wieder Leute auf euch zu. Hier, ich habe da so einen Kunden, der hatte da Interesse, ein bisschen hier so Apache, Hadoop und so. Du hast da mal was geredet drüber. Kannst du da mal auf den Kunden zugehen? Und das ist eben dieser Netzwerkeffekt, der da auch nochmal mit reinkommt. Je mehr ihr netzwerkt im Unternehmen und je höher eure Visibilität ist, desto leichter fällt es euch, Impact zu haben im Unternehmen. Das heißt, je mehr Leute euch kennen und je mehr Kollegen wissen, was ihr könnt, desto mehr Chancen bekommt ihr, um das unter Beweis zu stellen. Und je mehr Chancen ihr bekommt, um unter Beweis zu stellen, was ihr drauf habt, desto mehr Beweise oder Artefakte erzeugt ihr dann am Ende des Tages, am Ende des Quartals. Und dann merkt euer Manager, ja Mensch, okay, der Typ hat im ersten Quartal, hat er mir eine DIN A4-Seite geschrieben mit dem, was er gemacht und erreicht hat. Jetzt sind es auf einmal zwei DIN A4-Seiten. Im nächsten Quartal sind es dann vielleicht fünf DIN A4-Seiten und der merkt, Mensch, der Typ, der erhöht seinen Einflussfaktor oder der Herr oder die Dame, ja, wir wollen ja hier niemanden ausschließen, der Herr oder die Dame, die erhöht kontinuierlich ihren Impact bei mir im Unternehmen. Also ich sehe, dass die jedes Quartal mehr und mehr erreichen. Und so muss im Endeffekt die Geschichte aussehen, also die Storyline, die ihr erzählen wollt, wenn es darum geht, befördert zu werden bzw. aufzusteigen. Das heißt, wir sind jetzt, eine halbe Stunde ist gleich vorbei, wir fassen kurz zusammen. Also klar kommunizieren, was ihr wollt im Unternehmen gegenüber euren Vorgesetzten. Punkt eins. Zweitens, eine klare Roadmap entwickeln mit eurem Vorgesetzten zusammen, wie ihr dieses Ziel erreicht. Drittens, abhängig von dieser Roadmap, klare Ziele, klare OKRs definieren. Wie kommen wir dahin? Was müssen wir erreichen, um dahin zu kommen? Viertens, kontinuierlich Artefakte erzeugen und sammeln, die nachweisen, was ihr geleistet habt. Und noch wichtiger eigentlich, was war der Impact davon? Also was war im Endeffekt das Ergebnis dieser Arbeit? Und dann, nächster Schritt im Endeffekt, ja, auch mal in andere Bereiche reinhorchen, wie beispielsweise Talent Acquisition, Verkaufstätigkeiten, Netzwerken innerhalb des Unternehmens. Also nicht nur Artefakte innerhalb des Projektgeschäfts sammeln, sondern auch mal in anderen Bereichen. Dann natürlich, das kommt dazu, eben durch den Netzwerkeffekt immer mehr und mehr Impact generieren und auch auf sich aufmerksam machen. Und dadurch kommst du langfristig zum Ziel. Und ich denke, das ist jetzt genug für heute. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen hilfreich. Wenn ihr öfter solche Karriereberatungs-Sessions haben wollt fürs Consulting, unten ist so ein Abonnieren-Button. Abonnieren ist kostenlos auf YouTube. Und mit diesen Schlussworten verabschiede ich mich bei euch. Ich wünsche euch viel Erfolg im beruflichen Werdegang und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!